Sperr, die bleiben hier noch auftauchen, die folgen, dann zwei ganz spezielle Helikopter und dann die Jet-Staffel der Schweiz. Bereits in der Luft so etwas wie ein fliegender Panzer, da kommt jedenfalls der Darmkabel mit 2200 PS angetrieben für 8 Soldaten für Transport, bietet sie Platz. Das ist die Wiel 24, wurde sie auf die Mitte von den Anrufs hier schon so weit gekommen. Kapitel nach vorne, die sind dann auf die Pläne. Die Sturm ist in der Hälfte, die sind in der Hälfte, die sind in der Hälfte, die sind in der Hälfte. Und dann zusätzlich, die sind in der Hälfte, die sind in der Hälfte. Und jetzt außerhalb hat sie diesen Namen Basisgeweih, links und rechts, den sie in der Sturm. Hat mal eine Geschwindigkeitswindekon sogar aufgestellt? Ja, selber Zeit erreicht, es ist eine Geschwindigkeit von 3,68 kmh. Und ich kann drinnen machen. Ohne das ist ein Fuchsschrauber-Fan, seines Märk. Top Wallen. Der ist zwar zum Wiss und der Wiss, aber der schaut sich das an. Top. Ja, wunderschönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ö3-Mikromantan Wallen. Ich bin unterwegs und wir sind nicht verloren. Das schaut durchaus aus. Das sind die Lost and Farm Stations. Und neben mir steht Witzleitmann der Mansberger. Was wurde schon verloren, was wurde abgeklebt? Ja, in erster Linie sind Kinder, die verloren gegangen waren. Und in weiterer Folge Autos müssen Geld taschen, Quote-Apparate. Dankeschön.